Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Foraner und in diesem Video schauen wir uns drei spannende Wege an, wie wir im Jahr 2022 online Geld verdienen können. Das Ganze ohne Reichweite, ohne dass du irgendwelche Videokurse oder sonst irgendwas kaufen musst und das Ganze kann wirklich jeder umsetzen. Und ja, das Ganze sei auf jeden Fall gespannt, gehen wir jetzt auch im Detail durch. Ich gebe dir dazu jeweils drei Anleitungen und die kannst du mit Sicherheit auch umsetzen. Möglichkeit Nummer eins oder Idee Nummer eins ist das Verkaufen von Texten. Und jetzt bitte, 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 denk jetzt nicht, okay, das habe ich schon hunderttausend Mal gehört, das geht eh nicht. Ich verspreche dir, es geht und es ist auch wirklich eine Sache, da denkst du jetzt wahrscheinlich nach den nächsten zwei Minuten, okay, verdammt, da hätte ich auch drauf kommen können. Wir schauen uns das Ganze mal an. Wir brauchen zum einen die Plattform Fiverr, die hast du vielleicht auch schon mal gehört. Das ist eine Plattform, wo du eben als Freelancer Geld verdienen kannst. Das heißt, du bietest zum Beispiel Texte an oder du bietest an, dass du Bilder für jemanden designst, kannst dort aber eben, wie gesagt, auch solche Dinge kaufen. Und wir haben jetzt einfach mal hier Writing Text, also das Textschreiben als Angebotssuche hier eingegeben. Und da siehst du auch schon, da gibt es jemanden, der bietet hier 1200 Wörter in Deutsch an als Text, egal über was. Also der schreibt über Gott und die Welt, also dem sagst du, okay, bitte schreib 1200 Wörter über, weiß ich nicht, wie ich meinen Garten richtig bewässere und dann schreibt er dir 1200 Wörter über dieses Thema. Wie kann er das anbieten? Also ich bezweifle, dass der das selber macht und da kommt jetzt der entscheidende Punkt. Du musst das auch nicht selber können, du kannst das aber trotzdem so anbieten. Wir schauen uns das mal im Genauen hier an. Also er bietet 1200 Wörter an auf Deutsch für jemanden, der eben das sucht und eben jemanden sucht, der für 1200 Wörter eben einen Text schreibt. Er schreibt hier auch dazu 4-Sterne-Qualität und bietet das Ganze für 88,40 Euro an. Und jetzt, wie gesagt, merkt ihr 1200 Wörter auf Deutsch 4-Sterne-Qualität, 88,40 Euro. Der macht das mit Sicherheit nicht selber, sondern kauft das selber ein bei einem Anbieter wie Textbroker. Bei Textbroker kannst du ebenfalls auch einfach eine Anfrage senden und sagen, hey, ich hätte ganz gerne einen Text mit 1200 Wörtern, 4-Sterne-Qualität und das Ganze über folgendes Thema. Und da kommt jetzt das Interessante ins Spiel. Du kannst bei Fiverr kostenlos dein Angebot erstellen, wo du quasi sagst, hey, Leute, ich biete hier an 1200 Wörter auf Deutsch, 4-Sterne-Qualität für, wie zum Beispiel bei ihm, für knapp 90 Euro. Und wenn dann jemand bei Fiverr sucht nach genau dieser Dienstleistung und dich bucht, dann bucht er das bei dir und du sagst, okay, über was soll ich schreiben? Dann sagt er über Gartenbewässerung und dann gehst du in dem Moment auf Textbroker und kaufst hier für einen 4-Sterne-Text. Du siehst das hier, da sind verschiedene Qualitäten aufgeteilt und dort zahlst du umgerechnet knapp 2,5 Cent pro Wort. Das gibt es ja auch nochmal mit so einem kleinen Rechner, gibst es hier ein, 4-Sterne-Qualität, 1200 Wörter, macht 30,40 Euro. Das heißt, bei Textbroker kaufst du diesen Text für 30,40 Euro ein und verkaufst den bei Fiverr für in dem Fall 88,40 Euro. Selbst wenn du den jetzt schlägst im Preis, weil der verkauft ja auch gut, du siehst hier, 81 Bewertungen hat der auch schon. Das heißt, er verkauft das tatsächlich auch, dann ist es so, dass du den sogar unterbieten kannst und trotzdem noch fett im Plus bist. Also der macht jetzt zum Beispiel 50 Euro ungefähr pro Text an Gewinn, weil der dir hier zum Beispiel vermutlich bei Textbroker günstig einkauft für 30 Euro und dann eben für 88 Euro bei Fiverr teurer verkauft. Und das Schöne ist, du musst da auch gar nicht in Vorleistung gehen, sondern du gehst bei Fiverr rein, bekommst das Geld, bekommst den Auftrag von jemandem und in dem Moment kannst du es dann erst kaufen bei Textbroker und hast in dem Fall keine Vorkosten oder so. Das heißt, du kannst das einfach mit dem Geld, was du von Fiverr bekommst, dann in dem Fall auch bei Textbroker bezahlen. Das Ganze ist, wie gesagt, eine schöne Sache und im Prinzip für jeden ohne Probleme umsetzbar. Ja, jetzt kommen wir mal zu einer zweiten Möglichkeit, die dir wahrscheinlich schon etwas geläufiger sein wird, nämlich Online-Umfragen. Keine Sorge, wir kommen auch noch beim dritten Punkt zu einer etwas ausgefallenen Idee. Aber bei diesem Online-Umfrage-Portal gibt es auch eine spezielle Sache, nämlich hier Trendsetter. Das habe ich dir auch unten in der Videobeschreibung mal verlinkt, genauso übrigens wie Fiverr. Da kannst du auch gerne mal drüber schauen über den Link, da kommst du direkt zu den jeweiligen Plattformen. Und hier Trendsetter Club ist wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte aus Deutschland, denn wir kennen das ja von ganz, ganz vielen so Umfrageseiten, dass hier eben diese ganzen Anbieter im Ausland sitzen, ein bisschen unseriös ist. Das ist Trendsetter Club, die definitiv nicht. Die sitzen in Deutschland, haben schon über eine Million Euro ausgezahlt bis jetzt, haben schon sechs Millionen Umfrageteilnehmer und ja, das Ganze im Prinzip total easy von zu Hause aus und es gibt auch nicht diese hohen Abbrecherquoten quasi, wie man es so kennt, nach dem Motto, man geht in eine Umfrage rein und ist dann doch nicht in der Zielgruppe und man wird hier eben trotzdem auch vergütet. Du kannst Bargeld auszahlen lassen, du kannst aber auch Spenden zum Beispiel oder als Amazon-Gutschein auszahlen, das heißt nicht nur irgendwelche langweiligen Gutscheine, sondern eben auch andere Möglichkeiten, das zum Beispiel auch in Bar auszahlen zu lassen. Du kannst auch zum Beispiel Freunde einladen, bekommst hier auch nochmal zwei Euro zusätzlich, das ist auch nochmal eine schöne Geschichte und du kannst dich in zwei Minuten kostenlos und unverbindlich anmelden, das heißt, du hast ja auch keinerlei Verpflichtung und das ist wirklich mal ein Anbieter, der wirklich seriös ist und wo du eben auch tatsächlich Geld verdienen kannst und das Ganze nicht nur in irgendwelchen langweiligen Gutscheinen oder dann vielleicht am besten noch gar nichts verdienst, weil du dir eine halbe Umfrage ausfüllst und dann eben rausgeschmissen wirst und dann eben mit leeren Händen davon gehst. Also das ist hier definitiv nicht so und es ist wirklich total easy, sich dort zu registrieren und ja, wir schauen uns mal ganz kurz die wichtigsten Fragen und Antworten an. Wer kann teilnehmen ab 14 Jahren? Das wird ja auch oft nachgefragt, dass ich mal Videos vorstelle mit Dingen, wo man eben auch als 14-Jähriger schon oder als 16-Jähriger Geld verdienen kann. Das ist hier definitiv der Fall und ja, im Prinzip, du musst einfach nur dich dort registrieren. Das dauert, wie gesagt, zwei Minuten, bekommst dann eben regelmäßig E-Mails, wo du zu Umfragen eingeladen wirst, die dauern jeweils zwischen 22 Minuten und das Ganze ungefähr fünfmal im Monat. Du wirst natürlich damit jetzt nicht reich, aber es ist auf jeden Fall ein schönes, bequemes Zubrot quasi, wenn du zu Hause auf der Couch im Bett liegst, wie auch immer, und dann einfach mal schnell eine Umfrage ausfüllst und dafür Geld bekommst. In dem Fall Trendpoints und die kannst du umwandeln dann eben in Gutscheine für Amazon zum Beispiel oder du spendest das Geld für wohltätige Zwecke oder du lässt es dir einfach auf dein Bankkonto auszahlen. Also wirklich ganz, ganz bequeme Möglichkeiten und das ist wirklich eine schöne Sache, weil man hier wirklich einfach auch die freie Wahl hat. Also ich hasse nichts mehr, als wenn ich so Umfrageportale benutze und dann das Ganze irgendwie in Google Play Guthaben auszahlen kann oder sowas. Also das nervt mich immer und wenn ich dann auch ewig darauf warten muss, in dem Fall ist es fünf Arbeitstage, das ist auch vollkommen in Ordnung und hier kannst du es dir, wie gesagt, auch zur freien Verfügung als Geld auf dein Konto auszahlen lassen. Genau, ansonsten vom Datenschutz und so weiter ist es auch, wie gesagt, sehr, sehr gut. Es ist auf deutschem aktuellsten Stand, das heißt in dem Fall auch das deutsche Datenschutzrecht und so weiter. Von daher auch hier gibt es auch bei vielen Anbietern eben, dass die da unseriös mit den Daten umgehen. In dem Fall ist das eben nicht so. Und du kannst auch jederzeit, wenn du sagst, okay, das gefällt dir doch nicht mehr, kannst du auch jederzeit kündigen und hast im Prinzip ja auch keinerlei Verpflichtung oder keinerlei Kosten. Also von daher wirklich ein guter Anbieter, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, schaust dir gerne einfach mal an, kann ich persönlich, wenn es eben um Online-Umfragen geht, definitiv empfehlen und ist hier mit Entscheider-Club zusammen wirklich mein Favorit im Bereich Online-Umfragen. So, jetzt die dritte Idee. Und da wird es jetzt auch wieder etwas ausgefallener, nämlich Geld verdienen mit Möbeln. Und keine Sorge, auch hier musst du jetzt nicht deine Wohnung leerräumen und irgendwie Dinge verkaufen. Es geht absolut nicht um deine Möbel, aber trotzdem kannst du mit Möbeln Geld verdienen. Und zwar auch sehr, sehr einfach und das Ganze auch ohne irgendwie großartig dafür ein Riesenunternehmen aufzubauen oder sowas. Und du musst jetzt auch keine Möbel bauen oder sowas, sondern einfach mal auf Ikea zweite Chance gehen. Das ist eine Webseite, auf der Ikea quasi einen Kalkulator anbietet, wo du ausrechnen kannst, wie viel du für gebrauchte Möbel von Ikea bekommst. Denn Ikea kauft die nämlich an. Du musst dir einfach nur ausfüllen, um welches Ikea-Haus es sich handelt. In dem Fall nehme ich jetzt mal München-Brunntal, dort gehe ich öfters hin. Und die müssen komplett aufgebaut sein und natürlich jetzt nicht in einem total schäbigen Zustand. Also müssen nicht neu sein, aber eben zumindest gebraucht und gut gepflegt. Dann kannst du dir ganz einfach suchen nach der Kategorie, zum Beispiel, keine Ahnung, Arbeitsplatz. Wählst dann eine Unterkategorie, zum Beispiel Schreibtische. Und ich sage dir übrigens auch noch gleich, wie du das Ganze noch schön als Business jetzt aufbauen kannst. Gehst dann auf Schreibtische zum Beispiel und siehst hier die verschiedenen Modelle. Und kannst auch mit Stühlen machen oder mit Betten, was auch immer Ikea halt anbietet. Das ist ja das Schöne hier an dieser Webseite, dass du eben alles genau sehen kannst. Und wir nehmen jetzt mal diesen Arkel Store ab. Das ist ja immer dieser wunderschöne Name für ein Ikea-Möbel. Und dort kannst du angeben, entweder wie neu oder gut leichte Gebrauchsspuren. Wir nehmen jetzt einfach mal wie neu, damit du mal siehst, was da so maximal möglich ist an Geld, was dir Ikea gibt. Denn Ikea zeigt dir hier nämlich auch genau an, wie viel sie dir für dieses Möbelstück geben. In dem Zustand eben zusammengebaut, wenn du das zu Ikea bringst. In dem Fall sind es 90 Euro. Also die 90 Euro bekommst du von Ikea, wenn du dieses Möbelstück in dem gewünschten Zustand, wie hier angegeben, also in dem Fall wie neu, eben zum Ikea trägst. Und sagst hier, das habe ich hier. Du kriegst dann nämlich ein PDF, wenn du jetzt sagst, okay, das möchtest du beanspruchen. Und gehst dann mit dem zusammengebauten Möbelstück zu Ikea und dem PDF. Sagst hier, ich hätte gerne die 90 Euro. Die schauen sich das Möbelstück kurz an, überprüfen, ob deine Einschätzung richtig war. Und dann geben sie dir im Prinzip die 90 Euro, die du dann eben direkt für den Tisch bekommst. Tisch bleibt da. Du kriegst die 90 Euro gut geschrieben und wunderbar. Wie gehen wir jetzt vor? So, wie gesagt, du musst den nicht zu Hause stehen haben. Du gehst hier auch einfach, auch nicht in Vorleistung oder sonst irgendwas. Nein, du gehst hier auf Ebay Kleinanzeigen beispielsweise. Es gibt ja noch andere Portale, wo man eben solche Möbel suchen kann, gebraucht. Und wir haben jetzt hier den Arkelstop eingegeben. Da gibt es anscheinend auch noch irgendeinen Couchtisch oder sowas. Siehst du ja hier. Wir suchen aber den Schreibtisch und wir merken uns jetzt mal die 90 Euro. Du siehst hier schon Gebrauchte für 55 Euro, aber wir suchen ja einen, der fast wie neu ist, weil wir haben ja wie neu angegeben. Da gibt es auch schon einen für 90 Euro. 90 Euro wäre aber ein Plus-Minus, also ein Plus-Minus-Null-Geschäft. Also wir suchen einen, der günstiger ist und wie neu. Einfach mal ein bisschen schauen. Und das Schöne ist ja, du kannst das mit jedem beliebigen Ikea-Möbelstück machen. Du kannst immer genau im Vorhinein checken, wie viel Ikea dir gibt. Und du siehst ja hier, wie viel die Leute haben wollen. Und ganz, ganz schön ist zum Beispiel dieser hier aus Hildesheim. 50 Euro VB, das heißt sogar Verhandlungsbasis. Das heißt, du kannst den vermutlich nochmal runterdrücken unter 50 Euro. Und wenn der natürlich wie neu ist, dann ist das natürlich eine schöne Geschichte, weil du hier dann schon mal allein in dem Fall 40 Euro machen würdest, nur durch diesen Tisch. Klar, du musst in der Nähe wohnen oder es eben zu dir schicken lassen. Versandkosten fressen natürlich sowas wie da auf, so ein Gewinn. Aber in dem Fall, wenn du jetzt in der Nähe wohnen würdest. Und ich meine, wie gesagt, du kannst jedes beliebige Ikea-Möbelstück nehmen. Ja, dann hast du im Prinzip eine schöne Marge und hast selber kein Möbelstück bei dir zu Hause. Kannst im Prinzip dir alles im Vorhinein genau ausrechnen. Ja, und dann nur noch ein Möbelstück abholen, zu Ikea fahren und kassieren. Richtig schöne Geschichte und total easy, wie ich finde. Schreib auch du gerne mal in die Kommentare, ob du damit vielleicht auch schon mal Erfahrung gemacht hast und wie du diese drei Ideen findest. Ich würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen, wenn du damit im Jahr 2022 viel, viel Erfolg hast und auch den einen oder anderen Euro mit verdienst. Ansonsten, die ganzen Links sind auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Schau dir das gerne mal an und würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn wir hier noch weiter wachsen. Wir sind mittlerweile knapp 78.000 Abonnenten. Großes Dankeschön dafür. Ich lade alle zwei Tage ein Video hoch zum Thema Geld verdienen, Aktien und Finanzen. Würde mich auch wahnsinnig freuen über dein Feedback in den Kommentaren und wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute für das kommende Jahr 2022. Ich freue mich auch über einen Daumen nach oben natürlich, wenn dir das Video gefallen hat und wünsche dir jetzt alles, alles Gute. Mach's gut. Schönes 2022. Dein Flo Farrell. Dein Flo Farrell.